Da bin ich wieder! So, wir haben ja jetzt... Ich und mein Soho, ich merke das immer, wenn man selber das Schlimme ist, wir trauen darauf hingewiesen. An der Surot. Nicht so oft so sage. Aber jederzeit ein Tick. Ähm, ja. Dann hören wir uns mal den Skid hier an, oder Sketch, oder wie auch immer man es nennen will. Hier ist es glaube ich Sketch, wenn ich recht im Sinne, bei T2 Symphonia war es Skid. Hören wir uns an, keine gewöhnlichen Mörder. Hm, interessant. Ja, jetzt haben wir uns endlich wieder an unserer Seite. Mikleo, Aetna und Layla. Oder Layla. Haben wir uns endlich an unserer Seite, nachdem wir ja durch den Herrscher der Unterwelt da... Unheil, Entschuldigung, nicht Unterwelt. ...und unsere... ...Resonanz kurzfristig auch noch hatten. Haben wir jetzt wieder. Du kannst hier nicht rein, du willst doch nicht deinen makellosen Ruf holen hin. Wieso? Mein makellosen Ruf? Ist das der Frauensaal? Warum trägst du eigentlich eine Maske? Ach Gott, jetzt fallen mir schlimme Dinge ein. Nee, kommen wir nicht rein. Da ist das Hotel. Und wir werden noch mal eine Runde schlafen. Der Zuhause alle haben. Ich habe mich auch wieder erholt nach dem Lachanfall. Es war einfach zu genial. Muss ich sagen, es war einfach genial. Äußerst genial. Ihr habt wahrscheinlich... Äh... Ich glaube, ihr könnt jetzt zur Getrost zeugnen. Es lohnt sich sowieso nicht, die ganze Ausführung mit uns herumzuschleppen. Solange wir nichts hier lassen, was direkt zu uns führt, ist es in Ordnung. Das hat ja jetzt unser Boss gesagt. Oh, es gibt doch neue Sätze. Hey, das ist... Ja, Dazzle. Dazzle? Wo ist Dazzle? Wollte ich den jetzt übersehen? Also gut, trage einfach alles hinaus, was du kannst. Wir können das Zeug später sortieren und entscheiden, was wir behalten und was wir loswerden wollen. Ja. Ah, da ist Dazzle. Ja, da gehen wir jetzt noch nicht direkt hin. Wo sollen wir uns als nächstes hinhalten? Nicht zu weit abgelegen, hoffe ich. Da wäre es viel zu schwer, unsere Aufträge zu erledigen. Ich stimme für irgendwo abseits einer der Hauptstraßen. Da seid ihr aber auch viel leichter zu entdecken. Wenn wir hier verschwinden und unser Lager an einem anderen Ort ausschlagen wollen, muss es wohl weiter westlich als Laston Bell sein. Okay. Da Mallory ist wohl unsere beste Option. Okay, das sind Orte, die wir so noch nicht kennen, die wir wahrscheinlich jetzt noch wollen und kennenlernen werden müssen. Was hast du uns noch zu sagen? Dazzle war so perfekt, weil er leicht zugänglich ist, aber der Boss hat eine Entscheidung getroffen und die ist gesetzt. Was, was Lunar angeht, will sie bestimmt vorsichtig sein. Das ist unser Boss, wie wir sie kennen. Immer alles im Blick. Klar, sie kann zu ihren Leuten ein wenig kruppig sein, aber wir sind dran gewöhnt. Der letzte Boss war genauso. Der letzte Boss. Ich glaubte, dass ich immer wieder mit sich nennen muss. Ich glaub nicht. Hey Dazzle, da ist etwas, das ich euch gefragt wollte. Hm. Funny you should say that. I'd like to ask you something, too. What's that ability you've got that envelops you in the power of the Seraphim? You mean the Armatus? It's called the Armatus, huh? So, that's it. You think I can get one as well? The Armatus is a fusion of the Shepherd and a Seraph acting in unison. It's the combination of both powers working in tandem. It isn't something that can be obtained. Hm. That sounds like a real hassle. But I'll admit, it is strong. I don't get you. What is it you're after? Just weighing the situation, and seeing if it's connected to my personal agenda. There's one last thing I wanted to ask you. That girl, Rose. Do you think she could enact the power of the Armatus? It may be possible for her. She does seem to have the latent aptitude for it. Huh. But the way she is now? Not a chance. She could have all the natural affinity in the world, but she denies the Seraphim. Who's fault is that? Hm. Guess he's not willing to listen to us. I never did understand those wind Seraphim. So, a Seraph who desires the Armatus. Interesting. D.h. I have probably already gotten the first indication that we can not only do the Seraphim with the Seraphim, also build the Armatus, but probably also Rose and Alicia. But I think that Rose and Dezir will continue to join our group, where Cells is actually. He can flip or something. Yeah, let's surprise us, right? Everything is clearly about it. Oh, where are you going? Well, I was thinking of going back to the battlefield. You must be joking. You want your resonance to get blocked off again? We can't just sit around twiddling our thumbs. I need to learn more, and I can't do it here. No and no. It's too dangerous. The Shepard must do something about the Lord of Calamity. I'm the Shepard, so I have to go. Isn't that true? No. Huh? Do not be impatient, Sarai. I'm pretty sure we've told you what the result will be if you lose yourself. If the Shepard allows Malevolence to corrupt him, the world will be plunged into unimaginable chaos. That's right. Never forget that. There are some things we won't know until we try. That's true enough. But now's not the time to tempt fate. Very true. What you need most now is a chance to rest. Hey, how about this? Why don't we explore the deeper part of the ruins here? I'm legitimately curious as to what Maven was talking about. Did you say ruin exploring? A novel idea. Let's do just that, shall we? Well, she's on board. The boys are back in town. Well then, let's go. Any ideas? I'm not sure. We'll have to examine it first. Okay. What? Oh, nothing. Just seeing how the Shepard works is magic. Don't mind me. Okay. Oh. 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 Okay. Das ist dumm. Hier, ich werde es einfach öffnen lassen. Keine Ahnung, das ist ein herzlichen historischer Relik! So, was hast du uns zusammen? Oh! Rest hast du noch mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nicht und hübsch herrichten. Was bringt mir eigentlich Rest Dauer von Werteverringungen? So, da haben wir unsere Sache ein bisschen aufgewertet. Was hast du uns zusammen? So, ich glaube wir haben genug geputzt. Wir haben doch nie wirklich verstanden, wozu diese Beulen im Boden gut waren. Naja, wer versteht schon die Leute von früher? Okay, die Beulen. So, hier ist nichts mehr weiter. Habt ihr auch gerade den kleinen Blinker gesehen? Ich meine, da habe ich gerade etwas kleines Blinken gesehen. So, ist hier noch einer, den ich übersehen habe? Ich fange damit an, die versiegelte Tür zu öffnen. Aha! Bin ich schon längst dabei, Leute! Jetzt habe ich drei Scheidern unten. Hm. Jetzt habe ich drei Scheidern unten. Nächste Frage, wie geht das hier weiter mit den Scheidern? Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas, was ich überziehe? Aha, ein Monolith. Ah, den hatte ich schon. Okay. Da ist kein Schalter. Da ist sonst auch nichts. Okay. Okay. Dann haben wir aus meiner Sicht eigentlich alle drei Scheidern aktiv, die hier zu sehen sind. Oder? Da war einer. Oder da? Da ist keiner. Da ist einer. Okay. Okay. Ha! Ich habe es euch gezeigt. Bingo! Woah! Took you long enough. I see. So that's what was interfering with the door's rotation, huh? Ha ha ha! Looks like I win this time. For once. Alright, let's do this. Oh, you're coming too? Yep. I'm in if you are. Rose, there may be beasts lurking inside that are so powerful, people would consider them monsters. I refer to these creatures as Hellions. Okay. Listen. Yeah, yeah, Hellions, blah blah, something something powerful. I'm listening. I'm saying it'll be dangerous. And I'm saying if you're fine, I'm fine. You've seen what I can do? Come on. I was bored out of my gourd anyway. Hey! I'm going to. Keep her from causing you folks any trouble. But wait, Dazzle. You can't purify the Hellions. Hm. If it comes to it, we'll bail them out. Indeed. This is our first ruin expedition in some time. Let's enjoy it. Some vacation this is. I'm not sensing much malevolence. All the better. This ought to be a fine adventure. What's next? Some kind of lever? You can't just go around touching everything. You... 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 Miklo, tja, das hat uns definitiv den Wind aus den See genommen. Wieso versuchst du nicht, deinen Weg zu finden, mit Rose im Nebenraum zu reden? Ja gut, das war ja klar. Äh, leider. Was sollen wir jetzt tun? Tja, mal gucken hier. Dö, 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 es ist nix da, so. Auf zur Mauer. Da sind Löcher, da ist Löcher, insofern. Hat sie das doch schon gegeben. It's no good, there's not even a keyhole. Whoops. Don't you whoops me? Well, at least I got this working, right? It was a dead end, otherwise. Yeah, she's got your number. Huh? I can't move it back. Well, what do I do now? Äh, the other door opened up. I'll go take a look. Stay right there. Where else would I go? Haha, how cool your jets. Ah, great. Okay. Okay. Quatsch, schauen sie mal wieder an. Ach, die ist schon... ...ne Thematik, die Frau hat sich hier irgendwas geändert. Ist hier irgendwas an der Decke? Oh, Skorpione? Okay, es sieht aus wie so ein bisschen wie Skorpione. Und da ist ein Schacht. Nicht, dass wir hier noch geflutet werden. Laila. Ja, es gab sicherlich einfache Tage. Wieso untersuchst du nicht einmal die Wände und Türen, um sicher zu gehen, dass du auch wirklich nichts übersehen hast? Okay, machen wir das mal. Die Tür ist festverstanden. Es scheint keinen Weg geben, zum Eingang umzugehen. Okay. Die Laila, meiner Meinung nach... ...eine normale Wand an ihr ist nichts ungewöhnliches. Okay. Okay, wenn wir jetzt schon hier sind... Mikleo, was sagst du uns? Mikleo, man kann kaum eine Fuge in der Wand erkennen, dass Architekturisch könnte dieser... ...dass dieser Baubeweis könnte sogar, dass der Ruin von Maminokyo übertroffen... ...übertreffen, übertroffen. Was hast du uns zu sagen? Ah, langweilig, töte mich. Bring das in Ordnung sofort. Die ist ja extrem schnell gelangweilt, die Frau. Ich finde nur sowas... Du suchst einer nachher, das hängt mir ab. Aber nein, nur eine frustrierend leere Wand. Und das muss ich doch finden. Bin ich grad so doof, das zu sehen. Ich glaube, wir können hier nicht tun, was wir hier nicht tun können. Wir müssen sie einfach vertrauen. Siree, warum nicht du dich anst, Rose, um unsere Gruppe zu sein? Huh? Woher kommt das? Ich glaube, dass sie ein guter Partner für dich wäre. Du auch? Du... Erinnerst du, was Gramps sagte? Ein wahrer Comrade hat eine andere Sicht, aber die gleiche Vision. Ein wahrer Comrade? Warum nicht? Plus, Rose's level of Resonance ist ungefähr mit dir. Mit Alicia, du hast beide den Kosten für sie dein Schwer, aber diese Zeit, ich denke, es wäre anders. Außerdem, es sollte sicher sein, dass du, der einzige Mensch, mögliche Probleme kann. Vielleicht. Aber ich kann nicht mit anderen Menschen in den Schwerd. Also, das ist das, was du überraschtest? Siree, hast du so weit geholfen, dass du nichts, aber zufangen? Nein, es hat eine sehr gute Zeit auch. Wow. Ist der Schwerd der Schwerd sehr großartig genug, um überrascht den Traum, die wir haben? Wahrscheinlich nicht. Du weißt, was wir sind. Ja. Nicht jeder Schwerd ist von mir zu schnauern. Die Verantwortung, die du fühlst, ist definitiv eine gute Sache. Aber in der Zeit, musst du gehen den Weg in der Leben, der ist für dich. Versuch' zu gehen, und deine Schwerd werden schlauern. Also, du sagst, dass ich mein eigenes Weg herausfinden muss? Aber das ist mehr Grund, um Freunde zu unterstützen, richtig? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber es wird mit ihr zu Ende sein. Vor allem. Wir müssen uns mit ihr sitzen und uns verstehen. Das wird gut funktionieren. Gut. Für jetzt. Es gibt nichts, was wir tun können, aber warte, bis sie zurückkommt.